Was ist ein Geschäftsmodell? Erfolgreiche Unternehmerinnen oder Unternehmer zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass sie eine klare Vorstellung davon entwickeln, was ihr Unternehmen macht, mit wem Austauschbeziehungen gepflegt werden und welche Bedürfnisse wie bedient werden. Um diese Fragen zu beantworten, empfiehlt es sich, ein Geschäftsmodell sich zu überlegen. Sich intensiv mit dem Geschäftsmodell auseinanderzusetzen, ist wesentlich, um innovativ und unternehmerisch zu sein. Innovative Unternehmen, insbesondere disruptive Unternehmen, die bestehende Strukturen verändern, sind wichtig für die Wirtschaft. Stellen wir einen kurzen Bezug zur Literatur her, dann ist vor allem Josef Schumpeter zu erwähnen. Schumpeter hat in seiner Theorie der kreativen Zerstörung darauf hingewiesen, dass bestehende Märkte und Marktstrukturen durch innovative Unternehmer oder Unternehmerinnen zerstört werden können. Er erwähnt in diesem Zusammenhang junge kreative Unternehmen, die etablierte Marktstrukturen zerschlagen, aber gleichzeitig wieder neue Ordnungen, neue Strukturen schaffen. Diese mit der Kraft der schöpferischen Zerstörung versehenen Unternehmen, man bezeichnet diese daher auch die Schumpeter-Unternehmen, sind die Wachstumszellen der Wirtschaft. Ein nützliches Instrument, um Geschäftsmodelle zu erkennen und zu entwickeln, ist das Business Model Canvas nach Osterwalder und Bignör. Es ist ein Tool, womit man die zentralen Aspekte eines Geschäftsmodells auf einen Blick erfassen kann und somit die funktionale Logik eines Unternehmens bzw. auch eines Start-ups verdeutlicht. Folgt man dem Business Model Canvas, dann sind bei der Entwicklung eines Geschäftsmodells neun Elemente zu beachten. Partner, Aktivitäten, Ressourcen, Value Proposition, Kundenbeziehungen, Vertriebskanäle, Kundensegmente, Kostenstrukturen und Erlösströme. Beginnen wir mit den sogenannten Customer Segments, auf Deutsch Kundinnen und Kundensegmente. Hier stellen wir uns zuerst die Frage, wer ist die Zielgruppe? Jedes Unternehmen, auch ein Start-up, sollte eine klare Vorstellung darüber haben, welche Kundenbedürfnisse durch das eigene Leistungsangebot befriedigt werden. Es sollte eine bestimmte Zielgruppe oder zumindest Marktsegmente identifiziert werden, denen durch die angebotene Leistung ein hoher Nutzen geboten werden kann. Die Kundinnen und Kunden sind präzise zu definieren und von der Bedienung einer kleinen Nische bis zum Massenmarkt ist alles möglich. Die Bestimmung der Zielgruppe oder Zielgruppen ist nicht trivial. Zum Beispiel sind bei Google nicht etwa die Nutzer und Nutzerinnen die Kunden, sondern jene, die auf Google Werbung schalten. Im Rahmen der Bestimmung der Kundinnen und Kunden bzw. der Segmente ist auch validiertes Lernen gefragt. Nämlich mit zunehmender Markterfahrung werden die Vorstellungen über die zu bearbeitenden Kundensegmente immer klarer, die eigenen Angebote dementsprechend angepasst und letztlich eine überzeugende Value Proposition entwickelt. Die Value Proposition gibt an, welchen Wert die Kundinnen und Kunden erhalten, wenn sie mit uns Geschäfte tätigen. Unternehmen haben eine zentrale Aufgabe zu erfüllen. Sie befriedigen Bedürfnisse von Kundinnen und Kunden. Die angebotene Leistung oder das Produkt kann neuer, qualitativ besser, bedienungsfreundlicher, stylischer oder einfach billiger sein als existierende Angebote. Nun kommen die Vertriebskanäle oder die Channels ins Spiel. Denn wie erfahren die Kundinnen und Kunden von unserem Angebot? Und wie erhalten sie es? Das Element Vertriebskanäle umfasst Überlegungen, wie mit den Kundinnen und Kunden interagiert wird. Angefangen mit der Generierung von Aufmerksamkeit für Leistung oder das Produkt, über Vertriebswege und die Lieferung bis zum Nachkaufservice. Hier sind dann unsere Kundenbeziehungen oder die Customer Relationships entscheidend. Wie gewinnen und halten wir unsere Kundinnen und Kunden? Kunden erwarten neben der unmittelbaren Produktleistung auch Zusatzleistungen. Beispielsweise bieten viele Unternehmen im digitalen Bereich Software-as-a-Service an, wo die Kundeninteraktion häufig vollständig automatisiert ist. Unternehmen bieten oft auch individuell anpassbare Dienstleistungen an, die direkte Interaktionen erfordern. Dementsprechend ist es wichtig, wie man die Kundenbeziehung gestaltet. Ein weiteres Element sind die Schlüsselressourcen oder die Key Resources. Welche physischen, menschlichen und finanziellen Ressourcen sind in unserem Unternehmen unverzichtbar? In einem Unternehmen benötigt man spezifische, strategische Ressourcen, wie häufig fähige Teammitglieder oder Mittel für Investitionen, um die Value Proposition erfüllen zu können. Damit Startups und Unternehmen ihre Value Proposition erbringen können, sind in der Regel noch zentrale Tätigkeiten notwendig. Solche Schlüsselaktivitäten könnten sich zum Beispiel auf die Forschung und Entwicklung oder die Produktion beziehen. Eine Schlüsselaktivität könnte auch der Vertrieb darstellen, um die Leistung an die Zielgruppe zu bringen. Oder gibt es Probleme, die wir zu lösen haben, brauchen wir beispielsweise ein Netzwerk. Ein weiteres wichtiges Element in unserem Canvas-Modell sind Schlüsselpartnerschaften oder Key Partnerships. Wer sind unsere wichtigsten Partner? Je nach Geschäftsmodell sind unterschiedliche Partnerschaften zu überlegen. Beispielsweise könnte sich eine strategische Partnerschaft mit Nicht-Konkurrenten, Lieferantinnen oder Lieferanten oder auch Service-Providern anbieten. Es könnten damit etwa Risiken reduziert oder die Skalierbarkeit eines Modells gewährleistet werden. Nachdem bisher wichtige Elemente des Canvas-Modells dargestellt wurden und auch die im jeweiligen Zusammenhang essentiellen Fragen formuliert und beantwortet wurden, sind auch Zahlen zu generieren, um eine Vorstellung zu erhalten, ob man mit einem bestimmten Geschäftsmodell auch Geld verdienen kann. Demnach ist zunächst die Kostenstruktur oder Cost Structure zu beachten. Was sind die wichtigsten Kosten, die anfallen und nicht reduziert werden können, ohne die das Geschäftsmodell auch nicht funktioniert? Überall, wo Aktivitäten geplant und umgesetzt werden, entstehen auch Aufwendungen oder Kosten. Das betrifft vor allem die Bereiche der Ressourcen, der Schlüsselaktivitäten und der Partnerschaften. Neben der Kostenstruktur ist auch das Erlösmodell oder die sogenannten Revenue Streams abzuschätzen. Hier fragen wir uns, woher kommt in unserem Geschäftsmodell das Geld? Das heißt der Erlös aus den verkauften Leistungen. Wertversprechen können oft auf unterschiedliche Weise Erlöse generieren. Zum Beispiel kann mit Einmalzahlungen schnell Geld in die Kasse gebracht werden, während man mit Abonnenten kontinuierlichen Geldstrom, einen sogenannten Cashflow, erzeugen kann. Manchmal können auch Elemente der Value Proposition lizenziert oder vermietet werden. Neben den strategischen Überlegungen ist auch die Frage nach dem Preismodell zu klären. Wir haben nun die wesentlichen Elemente eines Geschäftsmodells anhand des Business Model Canvas kennengelernt und auch zentrale in diesem Zusammenhang zu beantwortenden Fragen formuliert. Mit Bezug auf den Business Model Canvas sollte es somit möglich sein, die zentralen Bereiche eines Geschäftsmodells zu definieren und zu erkennen, ob und wie einzelne Entscheidungen in den verschiedenen Bereichen nicht nur zu Erfolg, sondern auch zu einem skalierbaren System entwickelt werden können. Die Konzeption und Entwicklung von Geschäftsmodellen ist vor allem bei der Unternehmensgründung und insbesondere bei Start-ups mit innovativen Geschäftsmodellen von nachhaltiger Bedeutung, da in der Anfangsphase das Geschäftsmodell in der Regel noch nicht vollkommen klar ist. Mit dem Business Model Canvas kann man schnell verschiedene Geschäftsoptionen miteinander vergleichen und bestehende Geschäftsmodelle in Unternehmen lassen sich mit dem Canvas auch schnell weiterentwickeln, um weitere Ideen für die Geschäftstätigkeit zu erhalten.